Anlauf Nummer 3 Unsere Sailor Kriegerin sind alle, ausnahmslos alle Stufe 99, also zumindest die 5, ja Wenn wir uns den Status angucken, sie haben alle Verteidigung 255 glaube ich Sailor Merkur, 255 Verteidigung Sailor Mars Ah, 267 Verteidigung, dafür einen höheren Angriff Aha Äh, Jupiter Auch irgendwie nicht so Und Venus Same Vielleicht wechseln wir nochmal ein bisschen die Accessoires bei den dreien Moment So, mit einer Halskette können wir nochmal Können wir zumindest nochmal die Verteidigung hier hochjagen Probieren wir es einfach aus Äh, ansonsten weiß ich nicht was ich noch machen kann Die sind alle Max Level Und passt auf, die machen uns trotzdem alle Ich sehe schon kommen Ja, das hatten wir alle schon Jada jada Vor allem den Spaß müssen wir sicherlich gleich nochmal mit der anderen Gruppe machen Auch alle von Stufe 40 hoch auf Stufe 99 bringen Weil sonst geht es hier gar nicht weiter So Ab geht's Mal wieder Vor allem Das sind erst die ersten zwei Wir probieren es einfach Ob das was bringt Keine Ahnung Oh Mal gucken Pff Ja gut Alles klar Die machen einfach Keinen Schaden drauf Das ist so herrlich Das ist so herrlich So Feuerringe Okay Zumindest Machen Haben die jetzt gerade nicht So übertrieben Viel Schaden Reingepulvert bekommen Wie viel Ode Kolonne haben wir Okay Dann können die zumindest Wir können versuchen Mit dem Schwert der Venus Auf sie zu halten Finster Feuer Ja doch Es könnte was werden Jupiter macht wem am meisten Schaden Müssen wir nochmal gucken Vorne Feuerringe Machen wem am meisten Schaden Hinten Okay Das ist gut zu wissen Dann Genau War das nämlich Genau die falsche Person So Feuer auf ihn Äh auf sie Ähm Sie bringt hier Relativ Wenig Sie kann einfach Schläge verteilen Wir werden ganz ganz sicher Gleich nochmal Ähm Waren was denn jetzt Lebenswasser Menübox Genau Menübox nutzen Schwert des Feuers Auf die hintere Moment Feuerstein Genau Auf die hintere Ja komm Hauen wir auch Du faust auch auf die hintere Du bleibst bei der Menübox Du Schwert der Venus Nach hinten Okay Verzauberung Das könnte Daneben gehen Ja Sehr gut Wirbel des Jupiters Macht zumindest Vorne mehr Schaden Und Feuerschlange Ja Oh boy Oh boy Oh boy Endlich Oh boy Endlich Es geht voran Ich werde verrückt Ja die Erfahrungspunkte Könnt ihr euch sonst wo Hinschieben Alter Und die nächste Runde Also wir müssen auf jeden Fall Erstmal austesten Auf wen Was Mehr bringt So Du darfst wieder die Menübox nehmen So Mal gucken Finster Wasser Echt lächerlich Okay Donner Geht Na gut Wird auf beide gut gehen Ja Feuerringe Gehen auf Wem besser Oh Auch auf beide Gleichzeitig Das ist noch schöner Die bringen relativ wenig Ähm Ähm Nee Du Versorgst mal lieber mit Ode Cologne Und du mit Menübox Und der Rest Und der Rest Macht genauso weiter Dieser Schaden Ne Die ganze Zeit Machen die Gegner Nichts Bis Also Nicht viel Bis gar kein Schaden Und jetzt Und jetzt kommen die hier so um die Ecke Salamoon Du hast nichts anderes zu tun Als Doof hinten rum zu stehen Zu heilen Und der Rest macht das schon Schön wenn der Schuss daneben geht 499 Schaden Das ist so affig Sogar beide mit einem Hit Super Bleibt dir nur noch eine über Sin Nur noch Sin Wir bleiben bei der Taktik Äh Wait Der hat auch Wir bleiben bei der Taktik In der Hoffnung Dass das Sowas bringt Höllensturm Jetzt sterben Leute Sie haben überlebt The fuck Überlebt Und alle unsere Sailor Krieger Bleiben am Leben Das ist ja Das ist ja Der Wahnsinn Also wir machen Viel Schaden Ja Jetzt Ja Immer noch Aber wir haben Zumindest Genügend Vorräte Um uns die EP Als auch die HP Wieder aufzufüllen Okay Wir sind noch lange Nicht am Ende So Es gibt noch ein bisschen Saures Kommt noch eine Attacke Und es hat immer noch nicht gereicht Echt auf den letzten Drücker Noch so ein Mist Hier reinzusetzen Wir haben es geschafft Drei Anläufe später Und unglaublich Langem Level ab Alle Sailor Kriegerin Alle Fünfte auf Stufe 99 Dafür Weiter geht's Wir haben noch nicht verloren Nicht Nörge Unsere Kapazitäten sind ganz anders Als die der Sailor Krieger Aber verlieren wir trotz allem Letztendlich doch gegen die wahre Liebe? Nein Unsere Macht darf nicht schwächer als ihre sein Stimmt Sin? Sin Deswegen sind wir hierher gekommen Willst du Dass alles umsonst war? Antworte mir Sin Sailor Moon Jetzt ist unsere Chance Äh Jetzt ist unsere Chance Wir können vielleicht Die Opposito Senshi Zurück in normale Menschen verwandeln Ja Verstanden Macht des Mondes Verwandle sie Zurück Das ist Das ist richtig Mir wurde meine Kraft von Abzug verliehen Und dann Es tut mir leid Was ich getan habe Ist schon gut Für dich ist jetzt alles vorbei Ich danke dir vielmals Sailor Mars Wie gelobend Dass wir uns nie mehr dazu verführen lassen Unser Schicksal zu ändern Bei unserem nächsten Treffen Werden wir Freunde sein Ja Dann spielen wir eine Partie Schach gegeneinander Ja Ich bin jetzt auch eure Freundin Hihi Ähm Ja Ischta Du bist ein seltsames Mädchen Jupiter Ich habe dich in große Schwierigkeiten gebracht Ach Vergeben und vergessen Naja Sollte es noch einmal für euch gefährlich werden Dann solltet ihr flüchten Vielen Dank Sailor Krieger Dadurch erwartet dieses Mädchen ein normales Leben Schaut Sin ebenfalls Ich muss mit den anderen gehen Sin Ich 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 kann das nicht glauben Das Schicksal An das ich in diesem Leben geglaubt habe Für Anshar Ich Kann hier nicht sterben Sin Warum Sailor Moon So wie deine Gedanken stets um Shingo kreisen Sind die Sorgen von Sin Um ihren Bruder Ashtar stärker als der andere Aus diesem Grund hat der Silberkristall nicht funktioniert Sin Oh Shingo geht es ihm gut Shingo Shingo Psst er schläft noch Oh Das stimmt Er ist so niedlich wenn er schläft Aber wenn er wach ist Dann ist er meistens so frech Sag nicht solche Dinge Das stimmt Sailor Moon Ich wollte schon immer einen Bruder wie Shingo Es tut mir leid Leute Ich bin immer so egoistisch weil er mein richtiger Bruder ist Danke für alles Mach dir keine Sorgen Shingo ist für uns alle wie ein Bruder Richtig Du glückliches Kind hast all diese hübschen Mädchen ständig um dich herum Wir sollten es nicht Shingo nach Hause bringen wo er hingehört In Ordnung Und dann müssen wir etwas wegen Abso unternehmen Ich hoffe Shibimon geht es gut Es ist schon eine Weile her seitdem wir Mama gesehen haben Ich frage mich ob es hier gut geht Prinzessin Ich kann dich hier nicht reinlassen Hä? Diese Stimme Du bist Ancha Was meinst du damit du kannst mich hier nicht reinlassen? Wenn du reingehst Dann werden wir kämpfen müssen Ich will das nicht Lass mich einfach nur meine Mama sehen Bitte hör mir zu Ich will nicht gegen dich kämpfen Bitte Ancha Seltsam Gibt es hier irgendwo Oh Gegner Äh Kleiner Moment Verteidigung Uranus Verteidigung Verteidigung Und Wiederkehr des Todes Ich glaube das ist ganz gut so Oh Oh Olle Verzauberung Also wir machen das genau so wieder Alter Wie die mit dem Schaden hier übertreiben Ganz toll Verteidigung Item Heilbart auf Saturn Verteidigung Verteidigung Können die mal bitte aufhören die ganze Zeit auf Uranus einzuprügeln Ich will hier einfach nur raus Gibt es hier keinen Punkt An dem ich einfach mal abspeichern kann Definitiv einfach nur abspeichern Mehr will ich gar nicht Verschlossen Beschlossen Und Gegner 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 Was war das jetzt Dieses Mal Dieses Mal Werden wir Werden wir Euch besiegen Euch besiegen Das ist jetzt echt ein Witz Oder Das ist doch jetzt echt ein richtig schlechter Witz Ich will doch einfach nur fucking abspeichern Mehr will ich doch gar nicht Einfach nur abspeichern Moment Aussetzen Das ist gut Erstmal alle wieder heilen Ich will doch nur speichern Ich will doch nicht Das darf einfach echt nicht wahr sein, ne? Verteidigung. Einmal kurz lebenswasser. Das ist so eine massive Verarschung, die hier abläuft. Vielleicht... Wo ist der Scheiß schon wieder? Da ist die Menübox. Ich sag mal, die machen zumindest nochmal ein bisschen Schaden. Aber es reicht einfach nicht, um... Ah, nee. Ähm, wo haben wir es denn? Oh, die Kologne? Vielleicht bringt das was. Sehr geil. Uranus ist verwirrt. Und prügelt sich lieber selber K.O. Wo ist es denn jetzt wieder? Heilbart. Zum Glück sind Saturn und Uranus hier. So, jetzt möchte ich mal gucken, ob macht das Schwert es mehr bringt. Ähm... Genau, auf jeden Fall wieder mit dem Menübox. Nein! Okay, das bringt nicht mehr. Dann Heilbart auf Uranus... äh, auf Neptun. Wiederkehr des Todes... Wiederkehr des Todes... So, es war doof. Aber diesmal muss sie definitiv die Menübox anwenden. Sie geht in Verteidigung. Und Wiederkehr des Todes. Das ist so frustrierend. Ähm, Moment. Aber diesmal macht sie das. Und sie übernimmt... Das Heilbart für Neptun. Ey! Die prügeln sich lieber gegenseitig nieder. Alles klar, hab's verstanden. Heilbart... Auf Saturn... Ach, das gibt's doch nicht! Gut, Kampf verloren. Geil. Supergeil. Ich hab kein Bock mehr. Ich wünsch euch einen schönen Abend. Eine gute Nacht. Schlaf gut. Ich bin hier raus. Das ist echt... Vor allem, ich darf diesen ganzen Scheiß... Wieder... Mit den Oppositen... Äh, kotz dieses Spiel... App. Bis zum nächsten Mal. Yeah. Vielen Dank.